Wir haben vorhin noch mehr dicke Käfer kommen, die uns ärgern. Ey, ist das dein Ernst? Das kann ich doch, ey, ich hab's einfach in die Gegend geschmissen. Ich hab nicht mal hingeguckt. Ey, wirklich. Ich wollte euch vorhin schon mal funktionieren, das ist gleich nicht so. Okay, dann ist das Paul einfach besser. Scheiße. Du machst Blödes. Okay. 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 Okay.